Gab es einen DKP-Habitus? Ja, es gab einen DKP-Habitus. Ich will es mal ein bisschen polemisch formulieren. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch an Herbert Mies erinnert. Das war der DKP-Habitus. Das waren meist etwas ältliche Männer, die sich ganz bewusst am proletarischen Habitus gaben, proletarisch auch sprachen. Und einen erinnerten an einen DDR-Funktionär, der in den Westen versetzt worden war. So könnte man die vielleicht beschreiben. Deshalb waren die im intellektuellen Milieu an den Unis auch so unattraktiv. Weil man sich mit dem Habitus eigentlich gar nicht anfreunden wollte und anfreunden konnte. Deshalb liegt darin sicher auch die Erfolglosigkeit der DKP begründet. Dass sie nur ohne die Subsidien aus der DDR hätten, wären sie wahrscheinlich gar nicht weit gekommen. Auch wenn es nicht am besten ist, gleich auf dem Topf the